Sehr geehrte Landtagspräsidentin, sehr geehrte Frau Staatsrätin und jetzt darf ich es mir auch einfach machen und sagen, sehr geehrte liebe Freundinnen und Freunde der Demokratie, Baden-Württemberger und Aargauer, ich danke zunächst einmal sehr herzlich für die Einladung hierher in diese Konferenz, die Wissenschaft und Praxis verbinden soll. Das ist ja immer eine Sache, an der ich gerne auch mitmache. Gestern konnte ich nicht dabei sein und hoffe heute, in meiner etwas prekäre Situation, wenn man später in eine Veranstaltung einsteigt, trotzdem den richtigen Anschluss an ihre Debatten zu finden, obwohl ich den Eindruck hatte, dass die beiden Landtagspräsidenten schon fast alle Probleme, die sich uns hier stellen könnten, in der einen oder anderen Weise angerissen haben. Ich versuche trotzdem noch einmal ein kleines Schlaglicht zu werfen auf einige Probleme von Demokratie, Demokratie im Wandel im Allgemeinen und auf die Frage, wie sich die direkte Demokratie, die in letzter Zeit, in den letzten Jahren fraglos eine höhere Wertschätzung, eine neue Form der Wertschätzung, insbesondere in Deutschland, in der Schweiz ist das ja nicht so ganz neu erfährt, zu werfen und auch nach den gesellschaftlichen, kulturellen, politischen Voraussetzungen der direkten Demokratie zu fragen. Ich tue das, versuche das nur in einem kurzen Input zu tun, meine Zeit ist begrenzt, weil wir dann ja gleich diskutieren wollen auf dem Podium, in sechs kurzen Überlegungen zum Wandel von Demokratie, ihren Voraussetzungen, ihrem Begriff, den Stärken und Schwächen der direkten Demokratie. Erste Überlegung auf dem Weg zu einer vielfältigen Demokratie. In Deutschland und in anderen europäischen Nachkriegsdemokratien, aber auch darüber hinaus erleben wir in den letzten ein, zwei, drei Jahrzehnten so etwas wie das Auslaufen des Nachkriegsmodells der reinen Repräsentativen, der fast reinen Repräsentativen und eben auch der nationalstaatlich verfassten Demokratie. Viele Gründe für diese Entwicklung, für diesen, wie man scheint, wirklich fundamentalen, grundlegenden, nicht nur an der Oberfläche kratzenden Formwandel von Demokratie können hier nicht erörtert werden. Da ist unter anderem der Bedeutungsverlust von Nationalstaaten, die neuen Formen transnationaler Politik und die Schwierigkeiten ihrer demokratischen Legitimation von der Europäischen Union bis zur globalen Politik in den Vereinten Nationen, in transnationalen und globalen Nichtregierungsorganisationen und anderswo. Überhaupt das Problem der ökonomischen Globalisierung und Dynamik, die uns zumindest den Eindruck, möglicherweise wahrscheinlich auch die Realität in vielen Bereichen eines Verlustes der politischen Steuerungsfähigkeit über zentrale Bereiche des Lebens, die uns auch an der lokalen Basis in unserem Alltag betreffen, beschert. Aber das ist nicht der einzige Grund. Die Gründe für diesen Wandel der Demokratie liegen auch, und diese Dimension scheint mir gelegentlich auch in den öffentlichen Debatten oder den Feuilletons unterschätzt zu werden, in einem gesellschaftlichen und kulturellen Wandel, der ebenfalls seit vielen Jahrzehnten uns begleitet, in einem Prozess der gesellschaftlichen Individualisierung, um es gewiss mit einem Schlagwort, aber auch nicht falsch zu sagen, in der Auflösung von Parteimilieus und Parteideologien und ganz einfach auch in gewachsenen Ansprüchen. Wir geben uns nicht mehr mit dem zufrieden, was unsere Eltern und Großeltern in der Bundesrepublik in den 60er Jahren oder 70er Jahren noch unter Demokratie verstanden haben. Wir erheben weitergehende Ansprüche auf Partizipation und auf das, was wir unter Demokratie verstehen wollen. Das Ergebnis ist die Situation eines Spannungsfeldes, und es ist gerade schon angedeutet worden, ein Spannungsfeld einerseits zwischen einem sehr ausgeprägten, gerade in Deutschland in den letzten Jahren äußerst ausgeprägten Krisenbewusstsein von Verfallsszenarien, die sich an den Begriff der Postdemokratie häufig anheften, einerseits und einer neuen demokratischen Dynamik, einer neuen überbordenden, übersprudelnden demokratischen Dynamik. Andererseits, das ist dann ein Phänomen, zu dem sich jemand wie der vorhin genannte Politikwissenschaftler Colin Crouch eigentlich überhaupt nicht verhalten kann, zu dem er eigentlich gar keine Position in seiner Krisen- und Verfallsdiagnose finden kann. Demokratische Dynamik, aber das bedeutet auch eine neue demokratische Unübersichtlichkeit, denn diese neuen Formen der Demokratie sind nicht irgendwo so fein säuberlich aufgeschrieben, wie das die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes 1949 getan haben. Also ist meine These, Demokratie wird im 21. Jahrhundert nicht unbedingt besser oder schlechter und wir sollten wahrscheinlich auch aufhören, immer diese Fragen des besser- oder schlechterwerdens in erster Linie an diese Entwicklungen zu richten, sondern sie wird anders und komplizierter und vielfältiger und wir sollten versuchen zu verstehen, worin sich diese Veränderungen vollziehen. Jedenfalls handelt es sich offenbar nicht um so etwas wie eine lineare Transformation der Demokratie, etwa als Ablösung eines Modells durch ein anderes Modell. Früher hatten wir die repräsentativ-parlamentarische, elektorale, also Wahldemokratie. Die geht nun langsam ihrem Ende entgegen und wird durch ein zweites Modell der direkten Demokratie abgelöst. So ist es nicht, so wird es nicht kommen, sondern komplizierte Überlagerungen und Mischformen bilden sich heraus. Die repräsentative Demokratie wird als ein Sediment, als eine breite Sedimentschicht, ich meine gar nicht damit, mit dieser etwas schiefen Meta vielleicht, dass sie tot abgelagert ist, aber als eine breite Sedimentschicht der Demokratie fraglos weiter bestehen und von zentraler Bedeutung bleiben. Aber andere Schichten der Demokratie lagern sich daran an. Wir haben es also immer mehr zu tun mit einer mehr Ebenen-Demokratie, nicht nur im vertikalen Sinne des Staatsaufbaus, so wie wir den Begriff früher in der Regel verstanden haben, von unten nach oben im gemeinsamen schweizerischen und deutschen Sinne des Föderalismus, von Kommunen über die Länder oder Kantone bis zum National- oder Bundesstaat und auf die supranationale Ebene, sondern auch mit einer mehr Ebenen-Demokratie zu tun in horizontaler Hinsicht, im Hinblick auf Handlungsformen, Verfahren und Institutionen, die auf derselben politischen Entscheidungsebene miteinander konkurrieren, um dieselben Streitgegenstände miteinander konkurrieren und darum konkurrieren, wer hier jeweils entscheidungsbefugt ist. Und Stuttgart 21 ist ja schon ein wunderbares Beispiel, wirklich auch ein Beispiel für die Lehr- und Geschichtsbücher, das kann man jetzt schon sagen, für das Ineinandergreifen von parlamentarischer und direkter, von partizipatorischer Demokratie, also Bewegungsdemokratie und auch der justiziellen Demokratie, der Demokratie, die durch Gerichte gesprochen wird, wo Bürger sich an Verwaltungsgerichte zum Beispiel wenden, ist dafür ein wunderbares Beispiel gewesen. Zweite Überlegung, Staat und Bürger, Veränderungen in der politischen Gesellschaft. Das Interesse an Neuen, an den vor allen Dingen partizipatorischen und direkten Formen der Demokratie, ist fraglos Folge eines Vertrauensverlustes in die repräsentative Demokratie, in ihre Institutionen und in die sie ausfüllenden Eliten, die politische Klasse, wie sie dann häufig auch nicht selten etwas geringschätzig, der Landtagspräsident hat das schon angesprochen, genannt wird. Das Gefühl einer Distanz zwischen Bürgerinnen und politischer Klasse, zwischen Bürgerinnen und Staat ist gewachsen. Eine Situation, die mich, der ich mich in meiner Dissertation selber einmal den vormärzlichen Verhältnissen hier in Südwestdeutschland gewidmet habe, immer mehr an die Situation damals im Vorfeld der Revolution von 1848 in Baden und Württemberg erinnert. Aufmüpfige, liberale, radikale, fortschrittliche oder sich dafür haltende Bürger stehen gegen den obrigkeitlichen Staat, gegen Minister und Bürokratien. Nur, dass damals das Parlament, die zweiten Kammern der damals noch relativ neuen Parlamente, als Verkörperung des Volkswillens gegen den monarchisch-bürokratischen Staat gesehen und genutzt wurde. Dass die Staatsorgane heute demokratisch legitimiert sind, scheint in der neuen Wahrnehmung der Bürger oft gar keine Rolle mehr zu spielen. Sie und die sie ausfüllenden Personen gelten als die anderen, die die Bürger nicht mehr verstehen, die von ihnen entfremdet sind, nicht als Mandanten des Volkes, sondern als Gegner der Volksinteressen. Und da scheint sich ja im Moment der Wahlen eigentlich, die ja weiterhin demokratisch vollzogen werden, so etwas oder im unmittelbaren Nachgang zu den Wahlen so etwas wie eine ganz eigenartige Metamorphose zu vollziehen. Jemand, der im Moment gewählt ist, ist im nächsten Moment dann jemand auf der anderen Seite, dem man nicht mehr vertraut, obwohl man das gerade durch die Stimmabgabe noch möglicherweise getan hat. Wie weit das dieselben Bürgerinnen und Bürger sind, lassen wir hier mal offen, aber teilweise sind es nach meiner These ganz sicherlich dieselben. Und das ist die neue, die vertikale Konfliktachse der postklassischen Demokratie. Bürgerinnen und Bürger und das Volk stehen gegen staatliche Institutionen, gegenüber der horizontalen Achse, die die klassische Demokratie geprägt hat, bei der Bürger und Bürgerinnen mit unterschiedlichen Interessen, Arbeiter und Bauern und Mittelständler und so weiter, gegeneinander standen und sich in Parteien organisierten, dann im Parlament und um Regierungsmacht konkurrierten. In der neuen Sichtweise der Demokratie ist Politik entweder gouvernemental, top down oder bürgernah, bottom up in Deutschland. Dritte Überlegung, Dynamik von unten, die ganz neuen sozialen Bewegungen. Die Veränderungsdynamik der Demokratie, besonders auch der direkten Demokratie, hängt weiterhin eng zusammen mit Wandlungen in den sozialen Bewegungen, in Partizipationskulturen, in einem neuen bürgerlichen Aktivismus. Die neuen sozialen Bewegungen, wie die Forschung sie seit einiger Zeit nennt, also diejenigen der 70er und 80er Jahre, wollten die Gesellschaft verändern. Sehr grundsätzlich, sehr global verändern, sehr moralisch verändern, häufig auch als Anwälte für andere verändern. Als Friedensbewegung, als Umweltbewegung, als dritte Welt oder eine Weltbewegung, auch als Feminismus eines bestimmten Typs, erst recht in den Ausläufern der marxistischen Strömungen der 60er Jahre, utopisch, revolutionär, sozialistisch vielleicht, auf das große Ganze jedenfalls gehend. Natürlich gibt es all das weiterhin und viele komplizierte Mischformen, aber die ganz neuen sozialen Bewegungen, wie ich sie jetzt in einem etwas behelfsmäßigen Komparativ oder die neuesten sozialen Bewegungen nennen möchte, des frühen 21. Jahrhunderts treten mit anderen Akzenten auf. Bei ihnen stehen lokale statt globale Themen häufig im Vordergrund. Es geht um konkrete Veränderbarkeit oder, wenn man sich die Issues angeht, natürlich auch um die Abwehr von Veränderung statt um Utopie, wenn man so will, um die Einholung des Zeithorizontes ein Stück weit, um Lösungen von Problemen hier und jetzt in der Gegenwart statt in irgendeiner fernen Zukunft. Es geht um eine Verschiebung, und das scheint mir auch ganz wichtig, von der Moral, von einer stark ethisierten Politik, die die neuen sozialen Bewegungen der 70er und 80er Jahre getrieben hat, mehr wieder hin zu einer Politik, aber nicht im alten Sinne der Verbandsorganisation oder der gewerkschaftlichen Organisation, aber doch mehr wieder hin zu einer Politik des Eigeninteresses im Sinne einer Politik der eigenen Betroffenheit. Dann heißt es, ich pointiere das natürlich etwas, nicht unbedingt, das ist schlecht für die Umwelt oder für meine Enkel im Sinne der generationellen Nachhaltigkeit, sondern ich leide unter dem Lärm, und daran soll sich jetzt und hier und möglichst bald etwas ändern. Typische Themen und Konfliktfelder dieser neuen, neuesten sozialen Bewegungen sind dementsprechend Bildungspolitik und Schule, Integration von Zuwanderung vor Ort in Berlin, aber auch in Hamburg und anderen Großstädten ganz aktuell und gewiss mit wachsender Bedeutung in den nächsten Jahren, das ist nicht schwer zu prognostizieren, Felder wie Wohnen, Miete, Versorgungsnetze, Gas, Wasser, Strom, soll das kommerzialisiert oder kommunalisiert sein? Und immer wieder Lärmbelästigung und Infrastrukturprojekte im unmittelbaren Lebensumfeld. An diesen und ähnlichen Themen politisieren sich Menschen, engagieren sich nicht zuletzt mit dem Instrumentarium der direkten Demokratie. Vierte Überlegung, was ist nun eigentlich direkte Demokratie? Ein Politikkonzept im Wandel. Keineswegs ist der Begriff so eindeutig, wie es häufig scheint. Die direkte Demokratie ist, ich habe das vorhin ja schon angedeutet, keine Ablösung des einen durch ein anderes Modell, das bequem in eine Schachtel reinpassen würde, wie die schachtelrepräsentative Demokratie, die wir, wenn man so will, dem Grundgesetz in Deutschland zu entnehmen können, meinen. Dieser Begriff ist in Wirklichkeit vielfältig. Er war, wenn man genauer hinschaut, immer schon vielfältig und unterliegt in letzter Zeit erst recht einem historischen Wandel. Gegenwärtig ist direkte Demokratie so etwas wie ein Staubsaugerbegriff, der unterschiedliche Verfahren von Partizipation außerhalb von Wahlen und Parlamenten bündelt. Aber auch manchmal scheint mir ein Seifenbegriff, der schwer festzuhalten ist und einem leicht aus der Hand flutschen kann. In den Hintergrund tritt jedenfalls, wenn man sich diesen Begriff etwas näher anschaut und in historischer Perspektive das Moment und der Begriff der plebiszitären Demokratie, der als Korrelat, manchmal sogar als Synonym der direkten Demokratie in Deutschland eine wichtige Rolle spielte, sich vor allem, denken wir an die Wahl eines Reichspräsidenten in der Weimarer Republik, die Direktwahl von Staatsorganen bezog, aber auch auf den Versuch der Legitimationsbeschaffung von oben, der Legitimationsbeschaffung der Exekutive durch direkten Appell an das Volk am Parlament vorbei. In diesem Sinne sprechen wir ja manchmal immer noch von plebiszitärer Akklamation, die von Staatsorganen Regierenden gesucht würde. Die Grenze zwischen dieser plebiszitären und der direkten Demokratie ist aber keineswegs eindeutig. Denken wir zum Beispiel an die Abwahl von Amtsträgern, zum Beispiel Gouverneuren in vielen Bundesstaaten der USA, die dort als Teil des Instrumentariums der direkten Demokratie verstanden wird. Also direkte Demokratie bezieht sich nicht nur in diesem Sinne auf Entscheidungen über Sachfragen, während plebiszitäre Demokratie über Personen entscheidet. Hier in den USA spricht man ja häufig von der direkten Demokratie in diesem Dreiklang von Initiative, Referendum, Recall, also Volksinitiative, Volksentscheid, aber eben auch Abwahl von Gewählten durch das Volk gewählten Amtsträgern. In letzter Zeit unterscheidet man gelegentlich zwischen direkter Demokratie von oben, die von oben angesetzt oder durchgeführt wird. Das wäre dann in alter Sprache vielleicht etwas dran an dem Begriff der plebiszitären Demokratie und einer direkten Demokratie von unten, die dann von denjenigen jedenfalls, die sie von unten zu betreiben versuchen, aus den sozialen Bewegungen heraus als eigentliche, als richtige, als die bessere direkte Demokratie verstanden wird. Mit dem Hinweis darauf, dass man sich nur ja nicht einwickeln lassen dürfe von einer direkten Demokratie, die vielleicht von der Regierung vorgeschlagen wird. Wir erleben das gerade bei den Auseinandersetzungen um die Olympia-Bewerbung und die Volksbeteiligung daran in Hamburg. Aber das ist kaum trennscharf zu machen, diese Unterscheidung zwischen direkter Demokratie von oben und von unten, denn direktdemokratische Verfahren, zum Beispiel ein Volksentscheid, werden, und das ist ja gerade ein Merkmal dieser neuen, noch diffusen Strukturen, in die wir uns hineinbewegen, werden oft auf komplizierte Weise ausgehandelt. Werden ausgehandelt zwischen sozialen Bewegungen, Parlament und Regierung oder anderen Staatsinstitutionen, auch und sehr häufig auf der lokalen und kommunalen Ebene ist das so. Sie werden also nicht einfach von oben angesetzt oder von unten erstritten, sondern Ihnen läuft ja eine Art von Verständigungs- und Dialogprozess voraus. Eine Minimal- oder Kerndefinition der direkten Demokratie könnte sein, sie zielt auf eine Abstimmung, in der Regel dann doch über eine Sachfrage, nicht eine Personalie des gesamten Stimmvolkes zur Herbeiführung einer verbindlichen Entscheidung. Aber die Grenzen eines solchen Verständnisses von direkter Demokratie, eines solchen engen Verständnisses von direkter Demokratie, werden diffuser in dem Maße, als direkte Demokratie immer mehr zu einem Instrument sozialer Bewegungen, zu einem Instrument von bürgerlichem Aktivismus und Protest an der Basis geworden ist. Also genau das erleben wir ja im Moment. Dann ist direkte Demokratie etwas anderes und wird zu etwas anderem, als zu einer staatsorganisatorischen Alternative zur repräsentativen Demokratie. Außerdem bezeichnet direkte Demokratie inzwischen auch andere Formen der direkten Bürgerbeteiligung, um die es ja auch bei dieser Konferenz geht und die hier eingeschlossen sind, vor allem auf lokaler Ebene und ohne eine Volksabstimmung. Man denkt dann zum Beispiel an Dialog- und Mediationsverfahren, an Instrumente wie den Bürgerhaushalt und vieles andere mehr. Ich kann und will also gar keine Definition anbieten. Der Begriff der direkten Demokratie, das ist das Entscheidende, ist zurzeit flüssig, mit offenem Ausgang. Und er wird in der sozialen Praxis der Beteiligung, also in dem, was viele von Ihnen täglich anbestimmten Gegenständen und Problemen tun, immer auch mitverhandelt. Und mein Appell wäre nur, dass wir uns, auch wenn wir in der Definition unsicher sind, über diese Tatsache immer bewusst sind und diese Tatsache der Offenheit und des ständigen Mitreflektierens des Begriffs, auch wenn es darum geht, ob hier ein neuer Straße oder Radweg gebaut werden soll oder eine Mietpreisbremse eingeführt werden soll oder nicht, dass wir uns dieser Offenheit und dieser Mitverhandlung der Grundsatzfrage in den Einzelfragen immer auch ein bisschen bewusst sind. Fünfte Überlegung. Ich kann leider nicht, weil mir die Zeit dazu fehlt, über Vorzüge und Chancen der direkten Demokratie sprechen. Die würdigen Sie alle auch täglich und die meisten von Ihnen durch Ihr tägliches Tun in vielen Handlungsfeldern. Insgesamt möchte ich keinen Zweifel daran lassen, dass die direkte Demokratie für mich eine Erweiterung, eine Bereicherung von Demokratie ist im Sinne des Ziels eines guten Lebens, wie wir es heute auch auf anderen Ebenen verfolgen. Aber ich will einige Nachteile, Grenzen, Risiken, mögliche Problemzonen direkter Demokratie ganz knapp ansprechen und praktische Gesichtspunkte wie derjenige, dass das zu kompliziert sei oder zu teuer sei, bleiben hier außen vor. Erstens ist es, das kann ich nur unterstreichen aus dem, was schon gesagt worden ist, eine mögliche soziale Schieflage. Die direkte Demokratie tut sich jedenfalls schwer, die soziale Schieflage, die soziale Selektivität der repräsentativen Demokratie auszugleichen. Und möglicherweise, Sie sagten es schon, Herr Landtagspräsident, verstärkt sie diese Tendenz noch in der Beteiligung an Abstimmungen und Volksentscheidungen, vor allem durch die hoch engagierten, durch etablierte Mittelschichten, erst recht, wenn man in den Kreis der direkten Demokratie auch das Vorfeld, von dem ich gerade sprach, das Vorfeld der sozialen Bewegungen und ihrer Mobilisierung einbezieht. Dann hat die direkte Demokratie nicht nur einen Mittelschicht-Bias, sondern was etwas Ähnliches, aber auch etwas anderes sein kann, einen Aktivisten-Bias. Wer eine Bewegung lostritt, hat schon halb gewonnen. Er drängt jedenfalls die etablierte Politik zunächst einmal strukturell in die Defensive. Zweitens, was lässt sich überhaupt mit Ja oder Nein entscheiden? Komplizierte Fragen lassen sich auf das Ja oder Nein eines Volksentscheids, auf Zustimmung oder Ablehnung oft nicht abbilden. Und die direkte Demokratie als Volksentscheid, als Volksabstimmung fördert insofern oder könnte fördern, eine dezisionistische, auf solche Entscheidungen zwischen Ja und Nein fokussierte, gegenüber einer kompromissorientierten politischen Kultur. Wenn es um die Nachnutzung des Tempelhofer Flughafens in Berlin keinen Volksentscheid gegeben hätte, gäbe es jetzt wahrscheinlich, und wie würde sich das die gesamte politische Elite parteiübergreifend in Berlin doch wünschen, einen Kompromiss, einen riesigen Park, aber eben auch eine Randbebauung mit wichtigen neuen Wohnungen, einer Landesbibliothek und anderen sozialen und kulturellen Einrichtungen. Jetzt gilt das Njet, das eben einfach in der Abstimmung zwischen Ja und Nein gesetzt worden ist. In Deutschland also fördert der Trend zur direkten Demokratie eine Politik des Entweder-oder in der Sache oder verstärkt den Trend zu dieser überscharfen Entgegensetzung von Bürgern und Staat, von Volk und Regierung, über den ich vorhin gesprochen habe. Das ist in der Schweiz wohl anders, interessanterweise sehr anders. Und das sollte uns sehr viel Anlass auch zur Diskussion geben, wo die direkte Demokratie historisch anders eingebettet ist und nicht so sehr diesem Antireflex des Entweder-oder folgt oder wo man argumentieren könnte, dass sie durch die Konkordanzdemokratie auch im parlamentarischen Raum ein Stück weit ausbalanciert wird. Sie haben es vorhin gesagt, Herr Präsident Dieth, die direkte Demokratie spornt uns zum Kompromiss an. Das ist im Moment etwas, was man in Deutschland nicht unbedingt beobachtet, aber ein weites Feld der Diskussion. Ich komme zum Schluss und muss zum Schluss kommen mit meinen Bemerkungen über nationale Varianten und gemeinsames Lernen. Eigentlich nur eine kurze Schlussfolgerung aus dem, was ich gerade gesagt habe. Wir sehen europäische, wir sehen westliche, wir sehen sogar globale Gemeinsamkeiten im Trend zu einer stärker direkten und partizipatorisch geprägten Demokratie. Aber wir sollten nicht übersehen, gerade auch aus der deutschen Perspektive nicht übersehen, den Schweizern ist ja ihre Sonderrolle manchmal auch schon bewusst, obwohl sie ja vielleicht gar nicht mehr so eine Sonderrolle ist oder bleiben wird, sollten gerade aus Deutschland sehen, dass es dabei besondere Ausprägungen und nationale Pfade auch gibt, die häufig historisch geprägt sind. Beispiel Großbritannien, auch dort ein Trend zur direkten Demokratie. Ein Referendum in Schottland, die Ankündigung eines EU-Referendums, aber insgesamt doch eine viel stärkere Kontinuität der repräsentativen Demokratie und des Westminster-Modells. Oder Beispiel USA. Zwar erleben wir dort eine offensichtliche Krise des Parlaments, also der beiden Häuser des Kongresses, als eine Funktionskrise ebenso wie als eine Vertrauens- und Glaubwürdigkeitskrise in die Bevölkerung hinein. Aber dort haben wir es in der amerikanischen Gesellschaft mit einer ganz anderen reichen zivilgesellschaftlichen Dynamik zu tun, mit einer starken, wie wir das jetzt im Vorwahlkampf schon wieder erleben, mit einer viel stärkeren, populären, direkten, partizipatorischen Mobilisierung im Vorfeld von Wahlen und einer langen Tradition des freiwilligen Engagements. Also, wenn man so will, mit älteren Elementen der direkten Demokratie, die diese Zuspitzung, die die Debatte und diese charakteristische Ausprägung, die die Debatte in Deutschland im Moment erfährt, von den USA aus manchmal auch schwer verständlich machen. Vieles an meiner Skizze ging insofern implizit von deutschen Entwicklungen aus, von einem besonders ausgeprägten Bewusstsein, einer Krise der Demokratie in Deutschland und entsprechenden Ängsten, aber auch von einer besonders starken und auffälligen, und das gilt, glaube ich, nicht zuletzt für den, und galt immer schon für den deutschen Südwesten, für Baden und Württemberg, von einer besonders starken Bewegungsdynamik an den Graswurzeln der Gesellschaft bei einer relativen Stabilität des Parteiensystems. Deshalb, Warnung vor Verallgemeinerungen, schauen wir über den Gartenzaun und lernen wir voneinander, das ist wichtig, bei dem Blick auf Nachbarländer relativiert sich manche Problemwahrnehmung. Und erst recht, wenn es auf dieser Konferenz ja auch darum geht, Experimente in der Praxis grenzüberschreitender Demokratie zu erproben und zu lernen. Vielen Dank für Ihr Zuhören und Ihr Interesse. Applaus